Real Talk zu Papa Platte. Hatten die da Beef oder was? Ich bin jetzt schon mal gespannt auf das Like-Dislike-Verhältnis. Okay, das hält sich sogar in Grenzen. Bin gespannt. Was zwischen mir und Papa Platte der nächste große Beef des Jahres auf dem Tisch steht. Allerdings ist das Ganze nicht der Fall. In diesem Video möchte ich einfach mal zusammentragen, was da denn so passiert ist. Und das wird anders als die anderen KuchenTV-Videos. Nicht nur negativ, sondern ich erbringe tatsächlich auch ein, zwei positive Dinge. An dieser Stelle sorry für die Qualität des Videos. Ich bin gerade im Urlaub mit meinem Sohn und habe da natürlich nicht allzu viel Zeit, ein Video zu machen. Deswegen ist das hier einfach nur so ein kleines Video zwischendurch. Tatsächlich habe ich auch eigentlich gar nichts gegen Papa Platte. Ich finde sogar ein paar Sachen, wie zum Beispiel das mit der Schatzsuche, was letztens passiert ist, sehr, sehr positiv. Und das tragen wir hier natürlich einfach mal zusammen. Das Video kommt, by the way, auch, weil er letztens im Stream über mich gesprochen hat. Und danach habe ich auch einige Nachrichten bekommen, die meinten, Jo, wann zerstörst denn du den endlich mal? Aber tatsächlich fand ich das, was er gesagt hat, gar nicht mal so schlimm. Außerdem habe ich meine Wut ja letzte Woche schon an seiner Ex rausgelassen. Aber was hat er denn überhaupt gegen mich gedroppt? Naja, am Anfang erstmal das hier. Ich will da wirklich auch niemandem zu nahe treten, aber wer guckt die Scheiße? Ja, also erstmal, also ich würde. Guck mal, bei Kevin ist es so, okay? Wenn wir mal die Biografie von Kevin Teller aka Papa Pferdepimmel Platte zusammenfassen. Papa Platte war immer ein Streamer, der eine gute Reichweite hatte und eine treue Community. Hier seht ihr, da habe ich mit Papa Platte und Simon Ungel, glaube ich, gespielt. Das war vor sechs Jahren. Also Papa Platte und ich kennen uns auch schon lange. Und er hatte immer eine stabile Community, eine gute Reichweite. Dann hat er einen Schritt gemacht, der für ihn wahrscheinlich ein guter Schritt war. Rein geschäftlich, wirtschaftlich gesehen erstmal nicht so geil. Und zwar hat er sich dazu entschieden, Twitch kürzer zu treten und mehr YouTube zu machen. Das ist so semi-gut angekommen, beziehungsweise hat ihn wahrscheinlich auch semi-gut, zumindest finanziell, in die Karten gespielt. Und dann hat er sich wieder dazu entschlossen, anzufangen zu streamen und den Fokus nicht auf YouTube Hauptcontent zu legen. Und seitdem läuft es bei Papa Platte besser denn je. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dadurch, dass er jetzt anstatt 5000 Zuschauer im Durchschnitt, 20.000, 25.000 Zuschauer im Durchschnitt hat, dass der Fokus auf ihn viel, viel größer ist. Ich kenne das selber, alles was er sagt, wird auf die Goldwaage gelegt. Je mehr Zuschauer du hast, desto mehr Leute hast du, die dich extremst abfeiern. Aber desto mehr Leute hast du auch, die dein Content nur gucken, um dir ein Bein zu stellen und dafür zu sorgen, dass du einen Shitstorm oder ähnliches bekommst. Wenn du beispielsweise wie Papa Platte jetzt in deinem Stream sagst über KuchenTV, wer guckt die Scheiße überhaupt, dann wird dir dein ganzer Chat oder ein Großteil deines Chats zustimmen und du fühlst dich bestätigt. Aber der Boomerang mit Scheiße, der zurückgeflogen kommt, ist relativ groß. Weil diese Videos von KuchenTV natürlich im Durchschnitt 150.000, 200.000 Views haben und auch eine KuchenTV vielleicht nicht die krasseste Community auf Twitch hat, im Vergleich von den Reichweiten, aber er hat sich eine starke Community auch auf YouTube aufgebaut. Das heißt, solche Aussagen werden viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als in der Zeit, wo Papa Platte vielleicht noch 5000 Zuschauer hatte. Aber seine Meinung, und du hast vollkommen recht, LauchTV, natürlich ist es seine Meinung. Wenn man so lange in dem Business ist, lernt man irgendwann, dass es nicht immer das Beste ist, zu allem seine Meinung zu sagen. Und ihr fragt euch jetzt, wieso? Meinungsfreiheit, du kannst doch immer sagen, was du möchtest. Die Frage ist, was man davon hat. Was bringt es mir, etwas zu sagen, was meine Meinung ist, um dann vor meinem Chat dafür abgefeiert zu werden, wenn die Reaktion aber mir nur Kopfschmerzen bereitet. Deswegen ist es auch manchmal besser, einfach die Fresse zu halten. Hab ich gelernt. Als ich über Marius, Drexuser, geredet hab, im Stream. Genau das gleiche Beispiel. Ich hab über ihn geredet, im Schlechten. Meine Community hat mich dafür größtenteils abgefeiert. Haben gesagt, ja, eins plus PogChamp, ja, 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 bla, 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 bla. Und ich hab mich bestätigt gefühlt. Was hab ich aber dadurch erreicht, dass ich für zwei Minuten in meinem Livestream dafür abgefeiert worden bin, aber ihm dadurch einen Nährboden gegeben hat, dass er wieder einen Twitter-Post machen konnte. Und dass die ganzen Leute, die mich sowieso nicht mögen, oder schon immer nicht ein Freund von mir waren, sich bestätigt gefühlt haben, dass ich ja voll abgehoben bin, ein Arschloch bin, bla, 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 bla. Im Nachhinein hab ich mir da gedacht, ich hätte einfach meine Fresse gehalten. Meine Sympathie ihm gegenüber wird nie vorhanden sein. Aber hätte ich's im Stream sagen müssen, vermutlich nicht. Digga, also ohne, dass ich das jetzt wirklich werten meinte, ne, ihr könnt ja gucken, was ihr wollt. Und mein Content ist auch Arsch, okay? Bei mir, wenn man das über mein Content sagt, check ich auch komplett. Aber wer guckt die Scheiße, Bro? Es ist so ein Arsch-Content, Bro. Digga, da geht's nur um negative Sachen, Bro. Ich check, dass da auch teilweise safe der ein oder andere Take wichtig ist und gut ist. Nicht alles ist Arsch, aber Bro. Ja, Papa, Platte. Weißt du, mit so einer Aussage, da könnte ich jetzt auch drauf einsteigen, dann könnte ich jetzt natürlich auch ausholen und sagen, okay, er hat mich auch gerade persönlich angegriffen, ne? Er hat mich ja persönlich theoretisch gesehen auch angegriffen, weil ich gucke KuchenTV. Also das war eine Aussage von Kevin, die jetzt so ein bisschen unnötig war, ne? Lass doch jeden gucken, was er möchte. KuchenTV ist einer der wenigen guten Meinungsblogger, die mich up-to-date halten, was passiert und oftmals eine Meinung einbringen, in der ich grundlegend übereinstimme. Und man darf auch nicht vergessen, finde ich persönlich, gerade auch seit dem Goofy-Take, den KuchenTV gebracht hat, damals mit seiner damaligen Freundin und seinem Video, wo er geweiht hat und so, das war natürlich echt Clowns-Nasen-Veranstaltung. Aber seitdem, finde ich persönlich, hat er sich in vielen Aspekten super gebessert, auch content-technisch und ähnliches. Klar bringt er immer noch ab und an mal ein paar komische Aktionen, auch bei Twitter und so, wo ich kein Freund von bin. Ich bringe auch Aktionen, wo er vielleicht kein Freund von ist. Ich finde es super, dass du nicht wertend sein möchtest, aber mein Content einfach Arsch und Scheiße ist. Finde ich schon mal sehr stark auf jeden Fall. Ja, das ist komisch. Aber er hat sich danach nochmal richtig ausgedrückt. Ich habe einfach irgendwie immer das Gefühl, dass das so mit Absicht Dinge überspitzen ist, damit man dann noch drei Videos extra draus machen kann. Die Dinge zu kritisieren ist nicht verkehrt. Wenn Dinge nicht cool sind, dann ist es cool, wenn Leute das kritisieren. Aber so Content, der nur daraus besteht, dass andere Leute Beef haben, ist most of the time Turbo-Cringe einfach. Und ja? Most of the time Turbo-Cringe. Oh Gott, Digga. Ich habe so gar nicht. Hat er recht? Ja, meine Meinungen sind ja unterschiedlich. Soll ich euch die Wahrheit sagen, lieber Livestream-Chat? Die Leute, die Papa-Platte da zustimmen und die Leute, die jetzt hier im Livestream zustimmen, sind die Ersten, die sich einen drauf runterholen, wenn in Twitch-Deutschland oder YouTube-Deutschland wieder Beef ausbricht. Das ist doch ein großer Bestandteil von YouTube-Deutschland und Twitch-Deutschland, dass die Leute Beef einfach lieben. Und sobald Beef ausbricht, hat jeder eine Meinung und talkt darüber. Das Ganze kann ich komplett nachvollziehen. Es ist tatsächlich so, wie er sagt. Ich versuche jetzt in meinen Videos nicht, Leute absichtlich schlecht dastehen zu lassen, indem ich Sachen aus dem Zusammenhang reiße, weil wenn das rauskommen würde und ich dann immer wieder als Lügner dastehe, wäre meine Glaubwürdigkeit ziemlich im Eimer. Aber wie er schon sagt, stelle ich viele Sachen einfach überspitzt da, weil das einfach meine Art und mein Humor ist. Ich feiere das einfach selber, aber das ist mir schon bewusst, dass das viele halt nicht tun. Dazu sagt er am Ende noch Folgendes. Aber ich finde das so... Wie findest du diesen Mann? Ich bin der Meinung, dass es nicht gut ist, nur so negativen Content zu konsumieren. Wie gesagt, man kann meinen Content komplett scheiße finden und ich bin zu clean, politisch gerecht, whatever, scheiß da drauf. Aber so einen nur negativen Stuffbrowser würde ich wirklich aufpassen. Auch damit gehe ich komplett d'accord. Das Ding ist, mein Content selber macht mir einfach komplett Spaß. So Dinge wie die Meinung sagen, Diskurse führen, irgendwie Kritik äußern, das waren Dinge, die ich schon immer gefeiert habe. Aber Papa Platte hat natürlich recht. Das Ganze ist zu 95 Prozent meistens eher negativ, auch bei anderen Minus-Bloggern. Und auch da kann ich es komplett nachvollziehen, wenn man... Ja, also da hat Kevin natürlich recht. Man sollte sich natürlich nicht mit nur negativen Content befassen. Das ist ja klar wie Klosbrühe. Aber es ist ja ganz offensichtlich auch, dass KuchenTV ein Kanal ist, der News berichtet in den meisten Fällen größtenteils negativen Berichterstattungen im Sinne von, wenn etwas Schlechtes passiert. Und es ist ja nicht so, als wenn man jetzt gezwungenermaßen sich drei Videos am Tag von KuchenTV reinziehen muss. Der lädt zwei, drei Videos die Woche hoch und gut ist. Ich denke, es gibt genug Alternativen und Ausgleichsmöglichkeiten, um sich nach einem negativen Video von KuchenTV ein positives Video von Papa Platte oder von Onkel Monte oder von wem auch immer reinzuziehen. Also ich glaube schon, dass KuchenTV auch prinzipiell Lust hätte, mehr über positiven Content zu berichten. Aber in YouTube Deutschland passiert halt auch viel Kacke, ne? Für mich ganz persönlich ist KuchenTV wie die Tagesschau. Und wenn ich mir die Tagesschau angucke oder die Nachrichten, dann wird in den Nachrichten zu 90% über Scheiße berichtet. Und ähnlich ist es für mich mit KuchenTV. Der hält mich halt up to date, was in YouTube Deutschland oder auf Twitch oder im gesamten Internetbereich Deutschland passiert. Und oftmals sind es halt eher Negativ-Schlagzeilen. Und sagt, boah, ich hab gar keine Lust, mich nur mit negativen Dingen zu beschäftigen. Schau nicht auf die Umkraut. Schau, wie viele Blumen auf der Wiese hängen oder so, keine Ahnung. Und am Ende des Tages ist es doch auch so, lieber Livestream-Chat, und da, da, da hole ich auch mal einen Papa Platte noch mit ab, okay. Mal direkt Worte an ihn so mäßig. Guck mal, Kevin, wenn Ingame, jetzt nehmen wir einfach mal als Beispiel Ingame, whatever, einen Bericht schreibt, weil sie mitbekommen haben, dass Onkel Monte 20.000 Euro, 25.000 Euro an die Tiertafel Buxtehude gespendet hat. Dann ist das etwas, was super positiv ist, aber da wird weder ein Kuchen-TV drüber reden, lange bis gar nicht, noch wirst du das in deinem Stream erwähnen, obwohl es Good News ist, weil es was Positives ist, was Geiles. Wenn Onkel Monte aber irgendeinen L-Take bringt, whatever, irgendwas, wo er wieder bei Twitter einen Shitstorm für bekommt, seid ihr doch auch die Ersten, die darüber in ihrem Stream 15 Minuten, 20 Minuten reden und die Pros und Kontras. Also es ist, glaube ich, bei uns allen so ein bisschen verankert, dass man sich mehr in der Öffentlichkeit mit den negativen Dingen, auch von anderen Leuten beschäftigt, als mit den positiven Dingen. Da wird dann Kritik geäußert und ähnliches, was ja vollkommen okay ist, kein Problem. Aber prinzipiell, und das ist egal, ob im deutschen Fernsehen oder bei den YouTube-News in Deutschland, negative Presse verkauft sich besser als positive Presse. Das war schon immer so und das wird leider auch meistens so bleiben, ne? Ja. Und das, glaube ich, weißt du, Kevin, am besten. Hey, deshalb war ich tatsächlich auch ein bisschen verwundert, dass mir Leute geschrieben haben, ob ich Papa Platte deswegen jetzt zerstöre, weil ganz ehrlich, der hat einfach nur seine Meinung gesagt. Also soll ich ihn jetzt zerstören, weil er gesagt hat, du, ich mag deine Videos überhaupt nicht, weil der Konto gefällt mir nicht. Das wäre wirklich sehr arrogant. So arrogant bin ich vielleicht, wenn ich mehr Zuschauer als Monta habe. Siemex ist ja auch schon sehr knapp dran. Aber tatsächlich gibt es zwei Dinge bei Papa Platte. Hast du schon mitbekommen, dass so ein Jammerlappen dich ausgedacht hat, wegen der Träne in deinem ersten Runden Fortnite, der mit Papa Platte am Spielen war? Aber naja, das war ja ganz obviest Ironie und da bin ich auch nicht zart beseitet. Ich weiß, dass es Ironie war und reg mich da drüber nicht auf, Digga. Die mich so ein bisschen stören und um die kümmern wir uns jetzt einfach mal. Erstmal geht es um die Sache mit Kik. Ihr wisst schon, Kik, die Streaming-Plattform, die vor fünf Monaten komplett im Hype war und dann Dubai einfach rückwärts gespielt hat. Das war Kik vor fünf Monaten und das ist Kik heute. Damals hatte Papa Platte dann auch Beef mit Skoros, der ja ebenfalls auf Kik streamt und Casino-Content macht. Er hat sich damals extrem darüber beschwert, wie Skoros in diesem geistig, sehr gesunden Clip auch gesagt hat. Und dann kommt er wieder mit neuen Schüssen die ganze Zeit an. Und wenn er aber Excusi anklopft und sagt, ey, ich will mit dir Konten machen, ich will aber Kik streamen und streamen Slots. Ja, Excusi, Excusi, ja man, ich gehe unter den Tisch, Excusi. Und das läuft dann halt den ganzen Tag so mit dem Typen. Und dann sitzen da die Leute und sagen, ja man, geil, schön, dass du mit dem Casino-Streamer was machst, Alter, Excusi ist so eine Legende. Krass, Excusi, bester Mann. Was ist mit Skoros eigentlich? Ach, das ist doch ein Casino-Streamer. Ich soll euch übrigens von der Psychiatrie sagen, Skoros ist auf dem Weg der Besserung. Und bald darf er wieder raus. Von Papaplatte selber habe ich allerdings nur... Excusi macht aber auch kein Casino-Content. Ja, also das halte ich für ein Gerücht, Bro. Excusi ist einer der Spielsichtigsten, die ich kenne im Internet. ...das hier gefunden, was er gesagt hat. Leute, die auf Kik streamen, sind mostly Leute, die auf Twitch gebannt sind. Das heißt, da hast du diese ganzen Leute, die irgendwie so Trash-Opinions haben, die Gamble-Streams machen den ganzen Tag. Also das ist einfach wirklich, also so auf gut Deutsch, das Gesindel. Damit hat er... Ja, nee, also das war, finde ich, ein L-Take von Kevin. Mit Sicherheit hast du auch eine Ansammlung von Arschlöchern auf Kik. Du hast aber auf jeder Plattform auch irgendwelche Arschlöcher. Die Leute wurden nicht auf Twitch gebannt, weil sie Casinos gestreamt haben, sondern es wurde einfach auf Twitch verboten. Und sie haben dann eine Alternative gesucht, wo sie weiter streamen können. Es gibt auf jeden Fall auch viele Streamer, die jetzt wieder auf Kik streamen, die auf Twitch so nicht stattfinden würden könnten, weil deren Content einfach Arschritze ist. Aber zu sagen, auf Twitch streamt nur das Gesindel, ist ja Quatsch. Er hat höchstwahrscheinlich auch Batzi und Skurros gemeint, auch wenn er das selber verneint hat. Aber das passt genau zu dem zeitlich, was er da gesagt hat. Das ist allerdings auch nicht ganz so wichtig. Während Papa Platte, also Leute wie Skurros, extrem dafür frontet, auf Kik zu streamen und Casino-Content zu machen, bringt er seit einiger Zeit Content mit XQC, der auf Kik streamt und auch Casino macht. Er hat auch über den Deal von XQC gesprochen und da war er komischerweise etwas neutraler, als er das bei Skurros gewesen ist. Wann kommt bei dir der 100-Mio-Kik-Vertrag? Aber jetzt mal no joke. Wer den Move von XQC hatet, kann nicht verstehen, weil den zwei Jahre 100-Mio hätte jeder angenommen, weil das ist life-changing. Ich kenne den Clip nicht, bin sehr gespannt, was Kevin jetzt zu sagen hat. Ja, I don't know, es ist halt schwer. Also so, ich glaube, ja, ich hätte es auch, wahrscheinlich hätte ich es auch angenommen. Oder was heißt, ja, doch, ich hätte es safe angenommen. Aber es ist so, Kik ist halt leider stake-owned, weißt du, es fühlt sich ein bisschen an wie so Blood Money. Klar sind 100 Millionen viel Geld, aber XQC hat jetzt auch nicht nur 5 Euro auf dem Konto gerade. Ja, das Ganze ist jetzt... Puh, Digga, es ist schon schwierig, ja. Du kannst nicht auf eine Art und Weise jemanden wie Skurros oder Bazzi oder andere deutsche Influencer dafür fronten und beleidigen mäßig, dass sie einen Casino-Deal annehmen. Aber bei einem XQC, weil die Summe größer ist, ja, dann ist es okay. Also es ist schwierig, ja. Ich sage euch ganz offen und ehrlich, okay, ich habe mehr Verständnis dafür, dass ein Theo oder ein Bazzi einen Casino-Deal annimmt, als ein XQC. Ein XQC macht so viele Millionen schon mit anderen Dingen, dass er auf jeden Fall schon eine gute Grundsubstanz hat, um sein Leben lang nicht mehr arbeiten zu müssen, sich ein schönes Haus, seine Eltern zu unterstützen und, 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 und. Bei einem Bazzi oder bei einem Theo, die haben auch gutes Geld verdient, aber bei weitem nicht so natürlich wie ein XQC. Also prinzipiell bin ich einfach der Meinung, jeder soll doch das machen, was er möchte. Ich finde, der Unterschied ist bei so einem Casino-Deal, das, das, das finde ich, ist dann mehr kritisierbar, wenn jetzt einen Bazzi oder einen Skurros oder einen XQC aktiv werben für eine Casino-Plattform. Natürlich werben sie schon, wenn sie auf dieser Seite überhaupt spielen und jeder weiß, die haben einen Deal und man sieht das Logo. Aber wenn aktiv aufgefordert wird, jo Leute, hier über meinen Link könnt ihr einzahlen bei Steak, mit Code bla 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 bla, könnt ihr noch 20% die Posse, die Possen, die Possen. Ach, scheiß drauf, also Einzahlungsbonus erhalten. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Unterschied von Casino-Deal. Würdest du für 100 Millionen wechseln? Ich würde mir für 100 Millionen von der gesamten Twitch-Szene Deutschland, auch von Papa Platte mit seinen Haaren, die Arschtritze f***en lassen, Digga. Aber wenn vorher gesagt wurde, ich würde niemals ein Casino-Deal annehmen, ja, natürlich sind solche Aussagen dann kontraproduktiv, aber ich möchte einfach an eure Menschlichkeit appellieren, okay? Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, da wird sich jede Aussage gemerkt und natürlich war es in dem Fall von Bazzi nochmal komplett was anderes, aber prinzipiell muss man einfach sagen, ihr alle da draußen habt euch in irgendwelchen Arten etwas vorgenommen. Sagen wir, ich trinke nie wieder Alkohol, ich trinke kein Alkohol. Jeder hat sich in irgendeiner Art und Weise was vorgenommen. Ich rauche nie wieder eine Zigarette. Aber wenn dann auf einmal, was eher unwahrscheinlich ist, aber nur damit ihr das versteht, wenn dann auf einmal jemand zu euch kommt und sagt, jo, ich gebe dir 20 Millionen, wenn du dir heute Abend richtig die Hucke voll säufst. Jeder hat seinen Preis, Bro. Und wir alle sind am Ende irgendwo auch, der eine mehr, der andere weniger, auch Sklave des Geldes. Und jeder wird zumindest ein paar Nächte darüber schlafen, wenn er ein Angebot bekommt, was sein Leben und das Leben seiner Generation, die nach ihm kommt, ins Positive verändern wird und einfach sein eigenes Wort, was es sich gegeben hat, bricht, weil halt einfach die Summe, die am Ende dabei rumkommt, lebensverändernd ist. Und deswegen kann ich auch einen Skurrus oder einen Bazzi oder einen Orange im Orange oder auch einen XQC und allen anderen Leuten, die so einen Casino-Deal angenommen haben, denen das nicht verübeln. Man kann es kritisieren, man kann sagen, okay, finde ich nicht so in Ordnung, aber ich glaube, und dann machen wir da Punkte, dann gucken wir das Video weiter, das große Problem auch gerade bei einem Bazzi und einem Skurrus und einem Orange war nicht unbedingt der Casino-Deal, sondern es war das Ganze drumherum. Das habe ich schon ganz oft gesagt. Hätten die Jungs einfach ihren Casino-Deal angenommen, bei Bazzi war es nochmal ein Sonderfall, weil Bazzi ja über Monate gesagt hat, oh, ich bin so krank, spielsüchtig, mir geht es nicht so gut, ich würde niemals einen Casino-Deal annehmen, dann hat er ihn angenommen. Das ist nochmal ein Sonderfall. Aber gerade in den Orange und Orange und in Skurrus hätten sie einfach ihren Casino-Deal angenommen, hätten die Backen gehalten, hätten ihren Deal gemacht, dann hätte es immer noch Shitstorm gegeben von einigen Leuten, aber sie hätten viel weniger Kopfschmerzen in der Öffentlichkeit gehabt. Zu 100%. Das ist natürlich kein positives, boah, Digga, heftig. Aber am Ende des Tages, die positive Instanz hier, die hier sitzt, spielt einfach kein Casino. Stiftung Onkel Monte, Warentest, der in seinem Leben viel gespielt hat und sehr viel verspielt hat. Ich sage euch eine Sache, fang bloß nicht an zu spielen. Zugucken, okay? Das ist der Teufel, Digga. Morgen unterschreibe ich den 100-Millionen-Deal, sage ich. Nice, dass du das angenommen hast. Mega, Junge. Er sagt ja hier auch, dass XQC das Ganze nicht nötig hat. Allerdings sagt er auch dazu, dass er das wahrscheinlich auch angenommen hätte. Hier wirkt er also viel, viel neutraler, als er das bei der gleichen Sache bei Skurrus und Co. gewesen ist. Und das finde ich halt schon ein bisschen weird. Natürlich muss... Ja, ich finde, in dem Punkt, in dem Punkt würde ich sagen, hat dann KuchenTV da auch recht. Also, ne? Nicht mit zweierlei Maßmessen. Aber ich kann das auch verstehen, ne? Papa Platte hat natürlich sehr viel mehr Sympathie einem XQC gegenüber als einem Skurrus oder einem Orange-Morange, ne? Liegt vielleicht auch einfach darin, dass XQC das Vorbild von Papa Platte ist, was Stream angeht. Muss man dazu sagen, dass ein Skurrus jetzt keine 100 Millionen bekommen hat. Aber in Relation gesehen zu der Reichweite, die Skurrus vorher hatte, hätten wahrscheinlich viele den Deal angenommen. Denn auch damit hat er komplett ausgesorgt, ist jetzt Millionär, muss sich keine Angst mehr um Geld machen und kann ein richtig schönes Leben führen. Ich denke, viele von uns hätten da wahrscheinlich auch zugeschlagen. Für mich ist das halt einfach diese typische... Ich wiederhole mich da. Ich weiß auch, Skurrus war eben im Chat und das habe ich sowohl Skurrus als auch Orange-Morange persönlich gesagt. Und da beziehe ich auch einen G-Time noch rein und auch einen Real Butzy. Hätten die alle ihre Fresse gehalten und hätten einfach nur den Deal angenommen und hätten in Ruhe Casino gestreamt, wäre deren Leben viel, viel entspannter gewesen, weil sie auch den Hatern viel weniger Nährboden gegeben hätten. ...doppel Moral. Wenn du jemanden... Nicht G-Time, wie hieß der denn nochmal? Nicht G-Time, sorry G-Time, ich meine dich nicht. Ja, hier G-Tasty, genau den meine ich, ja. Wenn du jemanden nicht magst, dann sagst du, boah, das hast du angenommen, du hast deine Seele verkauft, das ist so lächerlich, Bro. Aber wenn man dann mit jemandem zusammenarbeiten kann oder von ihm profitieren, dann sagt man, oh Mann, so schlimm ist das gar nicht. Ich kann das schon ein bisschen verstehen, dass du das gemacht hast. Ich meine, entweder du hast halt beide komplett dafür oder es ist dir bei beiden eigentlich egal und irgendwo verständlich. Für mich ist das halt einfach so eine sehr komische Doppelmoral, wenn man das nur bei Leuten kritisiert, von denen man nicht profitieren kann. Eine weitere kleinere Sache, wo ich ja auch einen Tweet so abgelassen habe, war dann das hier. Was ist das, Digga? ...G-Tschland hat mehr Flüchtlinge aufgenommen. Oh Gott. ...als alle anderen europäischen Länder zusammen. Oh Gott. Ist doch geil, what the fuck? Hier weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum das Ganze so viral gegangen ist. Also der Tweet hat irgendwie eine Million Impressionen oder so, wie auch immer das passiert ist. Das Ding ist, dass die Aussage per se ja sogar gut ist. Ja, ich finde es auch nice, dass Deutschland sehr vielen Leuten helfen möchte, denn ich kann jeden verstehen, der in schlechten Bedingungen geboren wird, wofür er ja auch einfach gar nichts kann, dass er dann in ein besseres Land fliehen möchte. Absolut, komplett verständlich. Aber das Problem ist, dass nun mal ein Land nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann. Richtig. Da man diese natürlich integrieren muss. Man muss ihnen Wohnraum geben, man muss sie in den Arbeitsmarkt bringen, man muss ihnen die Sprache beibringen. Und das Ganze stellt ein Land natürlich vor extrem viele Probleme. Für mich ist dieses, hä, ist doch geil, einfach so ein plumpes, ja natürlich, weil ich bin super links und family friendly. Hey, wollt ihr mit mir zusammenarbeiten? Tatsächlich? Ja, also da würde ich KuchenTV in dem Fall auch zustimmen. Das ist auch gar nicht so vorwerfend an Papa Platte gemeint. Ich glaube, Papa Platte ist jetzt auch einfach in der Situation, wo er noch viel mehr darauf aufpassen muss, was er sagt. Man möchte sich auch als Person des öffentlichen Lebens es nicht verscherzen, auch mit Werbepartnern. Und die Aussage, die Kevin da gebracht hat, hat sich wirklich so angehört, so nach dem Motto, okay, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen. Das einzig Richtige, was ich jetzt sagen kann, ist, okay, ist doch geil. Ich fand ich diese Aussage ansonsten aber auch gar nicht so schlimm. Das war halt so ein Twitter-Ding, dass ich das gesehen habe und dann habe ich meine Meinung dazu gesagt. Also wie gesagt, kein Plan, warum das so viral gegangen ist. Ich finde sowas aber einfach immer schade, weil ich und Papa Platte sind halt in einer super privilegierten Situation. Wir kommen mit den ganzen Problemen, die dabei entstehen, halt überhaupt nicht in Berührung. Und dann ist es natürlich... Hast du dich ja auch diesbezüglich zum Positiven verändert. Ja, das stimmt. Also ich habe mich auch weiterentwickelt und achte auch natürlich ein wenig mehr darauf, was ich sage und was nicht. Aber ich finde jetzt in dem Beispiel bei Papa Platte, das Problem der Flüchtlingspolitik oder der gescheiterten Flüchtlingspolitik in Deutschland ist ja für uns alle ganz offensichtlich. Und in dem Kontext zu sagen, ist doch geil, macht halt einfach so den Eindruck, als wenn Kevin überhaupt nichts davon mitbekommt. Oder es einfach nur sagt, weil er das sagen muss, so mäßig. Und dass wir in Deutschland ein Problem haben mit der gescheiterten Flüchtlingspolitik und das an unserem System und insgesamt einfach nagt und nach hinten losgeht, bedeutet nicht, dass wir keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wollen. Denn ich finde es super cool zu sagen, dass Deutschland ein Land ist, was Flüchtlinge aufnimmt, die in ihrem Land keine Möglichkeit haben, überhaupt irgendetwas zu erreichen. dass da aber in den letzten Jahren extremst viel kaputt gegangen ist und extremst viel verkehrt gelaufen ist, ist ein aufgeschlagenes Buch und für jeden sichtbar. Und dass sich da was ändern muss, das wissen wir alle. Und das hat nichts damit zu tun, wenn ich das sage, dass ich dafür gecancelt werden kann, weil das irgendwie, ja, AfD-Wahl-Plakatspruch ist. Das ist einfach die Realität, Digga. Und wer die Augen vor der Realität zumacht, kann mich halt am Arsch lecken, okay? Natürlich immer sehr leicht, so was zu sagen. Das waren aber tatsächlich an sich schon alle Sachen, die ich gegen Papa Platte hatte. Ich finde tatsächlich sogar einige Sachen, die er macht, sogar ziemlich nice. Beispielsweise gab es diese Woche eine Show von PoSieben, wo man eine Million Euro gewinnen konnte. Ja, die positiven Dinge von Papa Platte müssen wir uns natürlich angucken. Gutes Video. Nein, wir gucken natürlich weiter. Also ich mag Kevin, ich mag Kevin natürlich extremst gerne. Ich habe sehr viel Sympathie für Kevin, auch wenn er mir nicht geantwortet hat, ob er zu meinem Event kommt. Er hat die Nachricht noch nicht mal gesehen, Digga. 30er. Ähm, Donowall, ja. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Papa Platte, ganz im Gegenteil. Und ich will jetzt nicht so ein auf Twitch Deutschland Papa machen, aber ich erkenne mich in vielen Aspekten bei ihm wieder. Es ist eine komplett andere Situation, wenn du vor 4.000, 5.000, 6.000 Leuten streamst oder vor 20.000, 30.000 Leuten. Der Fokus auf dich als Person ist ein komplett anderer. Bist vielmehr unter Beschuss von allen Seiten. Das macht einem aber auch im Umkehrschluss wieder mehr Angst, weil man natürlich auch für das, wo man ist, auch in einer gewissen Art und Weise gehustelt hat, gearbeitet hat. Und ich glaube, dass Kevin erstmal in die Situation auch ein wenig reinwachsen muss, jetzt allgemein so hoch angekommen zu sein auf Twitch Deutschland. Er war schon immer ein krasser Streamer und hatte immer eine gute Base an Zuschauern. Aber jetzt läuft es so krass bei ihm und ich glaube, das ist eine Situation, in die er erstmal einfach mal auch reinwachsen muss. Und auf dem Weg dahin, bei mir, habe ich auch sehr viele L-Takes gebracht und habe sehr viele Shitstorms kassiert. Das ist einfach eine menschliche Weiterentwicklung, die Kevin da gerade vollzieht und noch vor sich hat. Und da wünsche ich ihm viel Erfolg. Ich habe nur Liebe für ihn in meinem Herzen. Ich mag ihn extremst gerne. Nicht alles, was er im Internet sagt, ist das, was ich fühle. Und nicht alles, was ich sage im Internet, ist das, was er fühlt. Das ist auch vollkommen okay. Er hatte 75k Viewer am ProSieben-Day. Einen Augenblick, bitte. Ja, danke dir. Dafür musste man halt einige Rätsel lösen und am Ende hat man, glaube ich, Koordinaten bekommen irgendwo in Deutschland und da haben die mit einem Van gewartet, wo man dann den Preis quasi abholen konnte. Und der Erste, der da hingegangen ist, hat sie bekommen. Und Papa Platte hat gemeinsam mit seiner Community dann dieses Rätsel auch gelöst. Okay, 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 wo ist das, wo ist das, wo ist das? Mein rechter Monitor ist einfach raus. Fuck. Nein, das ist in Sachsen, Bro. Oh mein Gott, das ist wirklich im Osten, Bro, wie wir prediktet haben. Oh mein Gott, einer muss da hin, Bro. Ey, wirklich, wohnt da irgendwer? Und tatsächlich, und das ist irgendwie halt schon krass, hat tatsächlich ein Zuschauer von Papa Platte diese eine Million Euro gewonnen. Und das finde ich halt Realtalk einfach eine sehr, sehr geile Aktion. Denn Papa Platte hat mit der Hilfe seiner Community einem Zuschauer geholfen, jetzt einfach Millionär zu sein. Ich meine, klar, das wird in der Woche dann alles mit 50er-Spins weggehauen, gar keine Frage. Aber trotzdem ist das eine sehr, sehr nice Aktion. Und es ist ja nicht nur das. Joko und Klaas wollten damit auf die DKMS aufmerksam machen. Das ist so eine Organisation, wo man sich als Spender eintragen kann. Und wenn beispielsweise jemand an Blutkrebs erkrankt und eine Stammzellentransplantation benötigt, dann kann man in dieser Datenbank gucken, ob jemand genetisch zu einem passt. Deswegen meldet euch da auf jeden Fall an. Das Ganze ist komplett kostenlos und einfach. Ich bin da auch angemeldet. Vielleicht haben wir ja mal die Chance, ein Leben zu retten. Aber das Lustige zu diesem Millionen-Euro-Gewinn ist dieser Tweet hier. Zwar die Millionen um drei Minuten verpasst, aber wenigstens Joko getroffen. Das ist halt dieses Meme hier, ne? Junge, ich würde daran so kaputt gehen. Ich auch. Stell dir vor, du kommst drei Minuten zu spät und hast einfach keine Millionen Euro. Ich meine, ich will jetzt kein Salz in die Wunde streuen, ne? Das wird mich direkt in mein Leben lang, der ja. Aber Bro, du würdest hier ein richtig geiles Haus kaufen können. Das ist so wie eine Pizza mit Bitcoin bezahlen, Digga. Und dann, hey, ja, ja, nee, alles gut. Ein richtig cooles Auto oder du hättest das investieren können und alles weg wegen drei Minuten. Aber naja, solange du klarkommst, ist alles gut. Abgesehen davon finde ich aber tatsächlich, dass Papa Platter eigentlich ein Vorzeigestreamer auf dieser Plattform ist. Ich habe für das Video wirklich mal überlegt, aber außer diese zwei Sachen, die ich hier kritisiert habe, die jetzt auch nicht so krass sind, gab es keine wirklichen Skandale. Ja, okay, vor ein paar Jahren hat er mal verboten, dass man seine Clips in so Twitch-zusammengeschnittenen Videos benutzt, weil er den Leuten irgendwie keine Reichweite gegönnt hat. Habe damals schon ein Video dazu gemacht, aber das ist halt auch schon echt lange her. Ansonsten bringt er keine komischen Placements, bringt keine komischen Aktionen und auch keine komischen Aussagen. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich denke, ich und Papa Platter haben teilweise einfach verschiedene Ansichten. Ich finde aber trotzdem, dass er ein Streamer ist, der auf jeden Fall ein sehr positives Licht auf die Streaminglandschaft wird. Wenn man sich seine Streams so anguckt, dann merkt man meiner Meinung nach schon, dass er da wirklich mit Herz... Darum ging es damals ja nicht nochmal. Ja, wir könnten jetzt auf das Thema nochmal eingehen, worum es da genau geht, aber das Thema ist Asbach-Uralt, Digga. Was soll ich da jetzt nochmal drauf eingehen, Bro? ...blut dabei ist und nicht wie einige andere Leute das Ganze nur machen, um irgendwie Cash zu bekommen, bis man nicht mehr atmen kann. Kann das passieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe bei ihm halt Dinge kritisiert, so wie ich das bei allen anderen mache, aber ich, wie gesagt, sehe jetzt auch keinen Sinn da drin, mit Papa Platte Beef zu haben. Also ich warte, bis er dann wieder Leuten verbietet, seine Clips zu benutzen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum ich hier ein Zerstörungsvideo machen soll, weil ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht mit was. Aber schick mir gerne Sachen zu, ich bin auf jeden Fall bereit dafür. Man muss natürlich sagen, dass das genauso wie bei mir ist. Ich glaube, die Art von Papa Platte gefällt halt einfach nicht jedem. Und ich denke, dass ich und Papa Platte da vielleicht halt so ein bisschen unterschiedlich sind. Aber deswegen... Gutes Video finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also war ja jetzt auch wirklich kein Zerstörungsvideo. War ein gutes Video. Konnte man sich gut reinziehen, finde ich. Und da ist es so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020